Hallo, guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Christoph Karasch. Ich komme von BexCampFM und bin mal ganz gespannt, was für Campingplatz-Spiele es hier dieses Jahr auf dem Hurricane eigentlich so gibt. Ein paar Klassiker kennt man natürlich, aber vielleicht lerne ich auch noch was Neues kennen. Ich mache mich mal auf die Suche. Genau! Guten Tag, wie heißt dieses Spiel? Salto. Das Spiel heißt Salto? Das Spiel heißt Salto. Oder heißt es nicht vielmehr, ihr wollt möglichst viele Leute sehen, die sich auf die Schnauze legen? Auch. Ab und zu, also da hinten gibt es einen Hagen. Hagen ist ganz groß. Hagen macht alles. Das ist so wie Helga, aber bei Gründen ist Hagen. Was macht er? Kann man den besuchen? Den kann man sicherlich besuchen, ja. Da ist auf dem Zelt quasi Hagen geschrieben. Kennt ihr Hagen? Hagen? Hagen, das. Weiß ich auch noch nicht, aber der soll da hinten irgendwo sein. Da gehen wir jetzt hin. Kommt ihr mit? Ja, wir kommen mit. Lass uns mal zusammen Hagen suchen. Hagen? 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 Das soll vor allem irgendwo auf dem Zeltrand stehen auch. Man kann das gar nicht verfehlen. Was ist hier denn schon wieder los? Hallo, guten Tag. Was wird denn hier gespielt? Das nennt sich Schocken. Schocken heißt das Spiel. Wie funktioniert das? Ähm, du würfelst und du musst im Endeffekt einen möglichst hohen Wert haben. Es gibt Zahlen. Höher als Zahlen sind die Straßen. Höher als die Straßen sind die Generäle. Die Generalbedeutung hat 3er Pasch. Und dann kommen die verschiedenen Schocks. Also 2 Einsen und ne weitere Zahl. Und lass mich raten, der, der die geringste Zahl hat, der muss trinken. Ganz genau. Der mit der geringsten Zahl, der darf ne schöne Bierbong saufen. Aber das können wir gerne ausprobieren, wenn du möchtest. Darf ich ne Runde mitspielen? Aber sehr gerne. Wahnsinnig gerne. Ich kriege ich dafür einen kleinen Applaus, bitte. Ohhhh! 2, 3, 4. Das ist eine Strafe. Macht dich schon mal einigermaßen safe? Relativ, ja. Möchtest du denn eigentlich gerne gewinnen oder möchtest du besonders viel trinken? Ähm, du willst im Endeffekt nicht verlieren. Wenn du nicht verlierst, dann gewinnst du. Total weise Sätze hier. Das ist wahnsinnig klug. Mal ganz, ganz kurz Pause. Los, klar, wie du zockst mit jetzt. Das geht ganz easy. Darf ich kurz? Du musst einfach nur reinwerfen. Wenn du einmal trippst, darfst du den Überling geben. Und wenn du sonst zweimal triffst, gibst du einfach weiter. So, einfach immer weitergeben. Und wenn man den einen in den anderen Bestand trifft, dann musst du trinken, okay? Ich habe kein Wort verstanden. Du kannst dieses Spiel einfach. Einfach spielen. Ich würde gerne mal eine Runde mitspielen. Ich verstehe. Nein! Oh Mann! Oh Mann! Der muss weg! Dauert einen Moment. Aber jetzt bin ich auch schon du hier. Der Scheiße! Oh Leute, das habe ich aber nicht erwartet, als ich diesen Job angenommen habe. Dass ich am Ende etwas angeschlagen werde. Aber es hat Spaß gemacht. Mein Favorit Rage Cage auf jeden Fall. Nur einen habe ich noch nicht gefunden. Diesen Hagen. Wo ist der denn jetzt? Hagen! Hagen! Hallo? Kein Hagen da. Bis zum nächsten Mal. Im locals. Ja... Amos! Ja, das war's.